Ja, es war ein sehr intensives, sehr kampfbetontes Spiel mit wenig fußballischen Highlights, würde ich mal sagen. Wir haben sicher 10, 15 Minuten gebraucht, um in dieser Formation und auch mit dieser Mannschaft in dieses Spiel reinzufinden. Da hat uns Alex im Spiel gehalten und ich denke, danach hat die Mannschaft gut reagiert, weil wir wieder in einen Rückstand geraten sind durch einen großen innerellen Fehler. Und dass die Jungs dann zurückgekommen sind und sich hier noch einen Punkt erkämpft haben, das war gut. Gegen eine sehr, sehr kompakte beziehungsweise Mannschaft von Berlin, die mit sehr viel Wucht spielt, sehr gefährlich über Standards, denke ich, dass es am Ende dann ein verdienter Punkt war. Die taktische Variante mit Sané ist aus der Not geboren. Sowohl die Variante mit Bastio Cipka als Innenverteidiger aus der Not geboren wurde und mit Rabi Mortondo auf der 10 aus der Not geboren wurde. Und es wurde auch aus der Not geboren, dass wir heute mit 16 Feldspielern hier angereist sind und davon zwei U19-Spieler dabei waren. Das alles ist heute aus der Not geboren und das zeigt, wie viel Not wir im Moment haben. Und dennoch möchte ich nochmal betonen, dass wir weiterhin nach Lösungen suchen. Und das waren unsere Lösungen für dieses Spiel heute. Und dementsprechend bin ich mit dem Fight, den die Jungs angeboten haben, absolut einverstanden. Johannes Ohr von der BILD möchte wissen, besteht die Gefahr, dass die Krise im Vorstand auch die Mannschaft belasten könnte? Ich glaube, das habe ich hinlinglich gesagt. Wir werden nicht nach Entschuldigungen suchen, sondern nach Lösungen suchen. Dass wir in diesem Verein im Moment vielfältigere Schwierigkeiten haben, das ist auch hinlinglich bekannt. Nichtsdestotrotz wird die Mannschaft und hat sich die Mannschaft versucht. Und das hat sie auch geschafft, auf dieses Spiel einzulassen. Und das wird sie auch in Zukunft schaffen. Wenn dann Schalke ein Tor schießt, mit 2 zu 1 oder 3 zu 1 in Führung liegen, und dann gibt das einen anderen Verlauf des Spiels. Nur, es war nicht so. Drum war es bis zum Schluss auch wirklich, wie soll ich sagen, so gefühlt ein bisschen hektisch. Weil, wie gesagt, jeder Punkt hilft uns am Schluss. Ein hart erarbeiteter Punkt. Aber ich glaube schon auch, sagen zu können, ja, es wäre mehr drin gelegen. Wir haben aus unseren Möglichkeiten leider nur ein Tor erzielt. Ja, versuchen wir es das nächste Mal besser zu machen. Das waren die Fragen, die sportlich an der Tour waren. Letzte Frage kommt von Anne Richter nochmal von der DPA. Geht an mich, beziehungsweise an den Verein. Die Mannschaft ist nach dem Spiel zu den Fans am Zaun gegangen. Ob dieses Verhalten mit dem Hygienekonzept konform ist. Sie sind nicht den Fans nahegekommen. Das Verhalten entsprach also dem Hygienekonzept der Distanzhaltung. Die ursprüngliche Befürchtung, dass es vor Stadien zu nicht zulässigen Menschenaufläufen kommen könnte, ist auch hier alles korrekt gewesen. Die Anzahl der Menschen widersprach nicht den zugelassenen Anzahlen von Menschen, die irgendwo sein dürfen. Die Polizei war vor Ort, hat kontrolliert. Alle haben die Abstandsregeln eingehalten. Es war also alles gewährleistet, was notwendig sein muss, um Infektionen vorzubeugen. Insofern keine Beanstandungen von keiner Seite. Die Polizei hat keine Platzverweise aussprechen müssen. Alle haben sich korrekt verhalten.